Sie sind ein hochrangiger Politiker. Sie gehören womöglich zur sogenannten Elite. Sie haben sehr viel Geld. Sie sind ein hochrangiger Politiker und sagen den Menschen, sie müssen sehr vorsichtig sein, denn wir haben eine sehr gefährliche Krankheit. Die Menschen müssen Läppchen tragen, damit sie diese Krankheit nicht bekommen. Sie müssen mindestens und auch nicht übertragen können. Das ist ja auch ein Hauptgrund. Sie müssen mindestens zwei Meter Abstand halten, anderthalb bis zwei Meter. Das ist in jedem Land oder in einigen Ländern wird das unterschiedlich gehandhabt. Sie müssen diesen Abstand halten, sogenanntes Social Distancing. Ich hatte ja über den Namen schon öfter mich lustig gemacht. Social Distancing, das gibt es nicht. Distancing, nicht Social Distancing. Also, sie müssen Abstand halten, damit sie diese Krankheit nicht bekommen. Und was passiert dann? Diese Menschen, von denen wir ausgehen, dass sie besonders gut informiert sind. Dass sie womöglich Informationen haben, die wir nicht haben. Mehr Informationen. Insider-Informationen. Informationen direkt aus erster Hand. Diese Menschen fahren jetzt, im August, in Urlaub. Sie tummeln sich, nein, nicht an diesen überfüllten Stränden in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien. Nein, sie sind da, an diesen Orten, die zu den schicken Orten gehören. Sie sind in Griechenland, auf den wunderschönen Inseln, die teilweise inzwischen so teuer geworden sind, dass sowieso kein normaler Bürger dort Urlaub machen kann. Weil die Hotelpreise anfangen gerade jetzt in der Saison bei 500 bis 1000 Euro pro Nacht, nicht pro Woche, pro Nacht. Da sind sie unter sich. Sie haben ihre großen Luxusjachten, fahren mit den Yachten durchs Mittelmeer, sind an der Côte d'Azur oder auch dort auf den schönen Inseln. Auf der Insel Capri, nicht auf dem zentralen Platz, wo die Tagestouristen mal einmal kurz hinfahren, um sich einmal auf dieser Insel umzuschauen, wo ja auch schon in den 60er Jahren Sophia Loren und die tollen Claudia Cardinale viele, viele tolle Schauspieler waren und dort das Jet-Set-Leben genossen haben. Diese Menschen, darunter übrigens auch Politiker und ehemalige Politiker, genießen die Zeit von Angst, von Abstand, von irgendwelchen Bedenken, keine Spur. Ich habe einige Informationen bekommen, aber braucht man auch nicht. Man kann sich auch die Klatschblättchen oder die Online-Klatschblättchen anschauen. Da sieht man sie. Zum Beispiel dabei ist auch Bernard Tapie, der skandalumbitterte Mann mit der Adidas-Affäre, kann sich, glaube ich, jeder daran erinnern. Bernhard Tapie, auch ehemaliger Politiker der, ich glaube, sozialistisch-liberalen Partei. Immer wieder mal irgendwelche Geschichtchen, hat auch ganz viele Zeitungen inzwischen aufgekauft in Südfrankreich. Er weiß also viel, denn ihm gehören ja große Verlage. Die tummeln sich an der Côte d'Azur. Tolle Fotos im Internet. Abstand, keine Spur. Läppchen, keine Spur. Man läuft durch diese engen Gässlein, geht in die Restaurants, auf den großen Yachten Partys. Das kann der normale Bürger von der Küste aus beobachten. 100 Leute, 200 Leute an Bord. Küsschen, der Champagner fließt. Auch auf den Inseln. Zum Beispiel die Insel Mykonos, wo ich gerade drüber erzählt habe. Sehr teuer. Dort tummeln sich die Schönen und die Reichen. Übrigens auch Bodrum ist in diesem Jahr sehr, sehr beliebt bei den Prominenten und bei den Superreichen. Auch da viele tolle Partys. Kann man im Internet finden. Braucht man, ja, muss man ein bisschen suchen. Aber heute haben wir ja Instagram und da wird vieles geteilt und da findet man auch diese Partys. Nicht alles, nicht alle Leute posten da etwas. Einige, also es geht bis zu einem gewissen Niveau. Bis reich. Superreich postet nicht. Superreich teilt das nicht. Aber Bernad Tapie wird fotografiert und einige andere übrigens auch. Darunter, wie gesagt, auch Politiker, auch deutsche Politiker, die auch Twitter und Instagram posten, gerade zurück von ihren ausländischen Reisen, Urlauben. Keine Spur von Angst. Wie kann das sein? Es ist doch so ein gefährliches Virus. Wie kann das sein, dass die gar nicht besorgt sind, unruhig sind und sich dann in solchen Menschenmassen tummeln, in Restaurants gehen? Übrigens die die Kellner, die Angestellten, auch in den Hotels, die tragen, auch in Frankreich, die Läppchen. Ja, aber nicht die Kunden. Nur die Angestellten. Der Unterschied muss sein, nicht wahr? Diese Menschen haben offensichtlich keine Angst vor etwas, von welchem man uns erzählt, dass es halt so extrem gefährlich ist. Und ich weiß, wie einige dieser Menschen denken. Das sind nicht Menschen, die keine Angst haben. Absolut nicht. Im Gegenteil. Die haben oft besonders viel zu verlieren. Die haben auch besonders viele Reichtümer angesammelt. Die wollen auch gerne lange auf dieser Erde bleiben, um so lange womöglich von ihren materiellen Dingen zu genießen. Sehr verständlich. Absolut. Wer will schon an einer Krankheit, die ich nicht sehen, nicht hören und nicht riechen kann, sterben, wenn er womöglich mehrere tolle Autos, tolle Villen und so weiter hat. Noch weniger will man dann sterben womöglich als jemand, der nichts hat. Auch jemand, der nichts hat, ist genauso wertvoll. Absolut. Genauso wertvoll. Womöglich sogar noch wertvoller. Weil er womöglich noch ein besseres Karma hat. Ich kenne mich mit den Karmen, Karmas der Superreichen nicht so aus. Es kann sein. Manche haben vielleicht ein gutes Karma. Andere auch nicht. Aber mich wundert, dass es, wie sagt man so schön, Wasser predigen und Wein trinken, es sieht für mich ganz danach aus. Gerade jetzt im Sommer. Schauen Sie sich das Internet an. Schauen Sie sich Instagram an. Es sind nicht nur, wie ich das ja schon oft gesagt habe, Heti und Pleti, die mit dem Klappstühlchen und dem Schirm an den Strand gehen und da in Massen mit ganz vielen Menschen sitzen. Nein. Es sind gerade auch diese Menschen, die keinen Abstand einhalten, die Küsschen geben, wenn sie Bekannte sehen, die sie womöglich seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben. Ach, ihr seid auch hier. Ach, wie fantastisch. Ich habe es gesehen auf Fotos. Da wundert man sich, weil man denkt, wie kann das sein? Wieso? Wieso haben die keine Angst? Wieso wird hier etwas verkündet? Und wie gesagt, dieser eine bestimmte Herr, dem gehören ja auch mehrere Verlage, mehrere Zeitungen. Der hat ja ersterhand Informationen. Er gehört ja zur sogenannten Elite. Ich weiß nicht, ob er sich regelmäßig mit Macron trifft, womöglich sogar. Man weiß es nicht. Aber jedenfalls diese Menschen, und der gehört auch zur Risikogruppe, aufgrund seines Alters, gehört er sicher zur Risikogruppe. Seine Frau übrigens auch. Aber auch sie ist dabei. Man sieht sie. Flanierend durch die kleinen Örtchen. Flanierend durch die Gässchen. Und sie nicht alleine. Auch aus Brüssel sind viele Politiker da. Alle haben frei. Fahren nach Hause, fahren dann in Urlaub, werden womöglich eingeladen auf die ein oder andere Yacht. Von Abstand keine Spur. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man versucht, dem normalen Bürger etwas vorzuschreiben? Sogar mit Bußgeld jetzt sollen höhere Bußgelder angedroht werden. Wie kann das sein, dass sich diejenigen, die das selber sagen, dass man es machen muss, zum Schutz, das? Sich selber nicht daran halten? Ach, das ist nicht neu. Das hat es immer gegeben. Das gibt es schon seit Jahrhunderten. Dass uns etwas erzählt wird, was wir machen müssen, aber diejenigen, die uns erzählen, dass wir das machen müssen, machen genau das Gegenteil von dem, was sie uns erzählen. Wir sind halt nicht wie Sie. Womöglich denken Sie, dass Sie einen besonderen Schutz haben. Nein, davon gehe ich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass Sie einfach mehr Informationen haben. Und diese Informationen können wir ja auch haben. Wir müssen nur uns informieren. Wir müssen nur uns die Zahlen, Daten, Fakten anschauen. Schauen wir uns die Zahlen, Daten, Fakten an, dann vergleiche ich es mit einem anderen Virus aus den 80er Jahren. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, wo man so Lippenbläschen von bekommen kann. Was inzwischen, in den 80er Jahren war es neu. Heute hat es praktisch jeder. Praktisch jeder ist damit nicht über Nacht, aber im Laufe der Jahre infiziert worden. Und die meisten Menschen wissen es nicht einmal. Es bricht aus, wenn das Immunsystem schwach ist, wenn man Angst hat oder Wut oder Ärger, wenn man sich, wie man so schön sagt, wenn man sich ekelt, wenn man an ein schmutziges Glas trinkt und es ist noch nicht mal dann, aber wenn man an ein schmutziges Glas trinkt und man sieht das Glas und denkt, das ist aber sehr schmutzig, hoffentlich bekomme ich da nichts. Wenn dann das Immunsystem schwach ist, könnten Sie zum Beispiel diese Lippenbläschen bekommen. Ich kenne das. Ich kenne dieses Problem. Viele kennen es. Dieses Virus schlummert in fast allen Menschen. Schauen Sie sich im Internet um. Recherchieren Sie. Dazu gibt es ganz, ganz, ganz viele Artikel. In den 80er Jahren war es neu. Heute hat es praktisch jeder. Ich vergleiche das mit diesem Virus auch. Es ist nicht so gefährlich, wie man versucht, uns einzureden. Schauen Sie sich die Zahlen an.